Halli und Hallöchen, liebe Freunde, zurück zu einer weiteren Folge. Track Mania Season 4 2020. Haben wir noch 10 Strecken offen, die nächsten 5 gucken wir uns an, Schwierigkeitsstufe Rot. Und ja, immerhin bei Blau doch eine Golden Dye geholt, ich hätte es nicht erwartet. Und ja, weil ich hier schon so durchskippe durch Rot, sehe ich schon den Abschluss machen, zwei Eisstrecken, das kann also quasi eigentlich nur lustig werden, weil, ja, wer meine anderen Folgen dazu gesehen hat, weiß, Eis und ich und Auto fahren, das funktioniert nicht so gut. Wir haben da noch keine gute Symbiose gefunden. So, aber jetzt gucken wir erstmal ganz entspannt hier rein. Oh Gott, okay, wir fahren die erstmal. Silber, wie gesagt, Silber ist Minimum Ziel. Oh Gott, Silber ist Minimum Ziel. Egal auf welcher Strecke, auch die Eisstrecken. Okay. Ja, gut. Da hat man zu wenig Speed. Auf die Eisstrecken versuchen wir mit Silber abzuschließen. Ob uns das gelingen wird, schauen wir mal. Aber wir haben jetzt schon mal. Ah, es reicht wieder nicht. Holy shit, wie viel Speed brauchen wir denn da? Holy Macaroni, ey. Also man merkt, die Strecken werden anspruchsvoller. Ist ja nichts mehr für Dullis. Ja, wir dürfen... Ne, ich glaube, wir dürfen halt nicht springen. Wir müssen da irgendwie runterkommen, ohne dass wir da so komisch runterfliegen. Aber das ist natürlich schon die höchste Schwierigkeit hier. Weil jetzt landen wir wieder so. Aber wir haben es diesmal geschafft. Okay. So. Oh, Nolang. Okay, da lang. Okay, das war ein bisschen gemein. Das konnte man nicht so gut sehen. So, wir sind wieder runter. Hier hoch. Ja, habe ich doch gewusst. Dass man da ein bisschen bremsen muss. Genau. Ah, nein. Falsche Taste. Ich wollte doch einfach nur vom letzten Checkpoint nochmal starten. Uff. Oh. Hm. Okay. Ehe wir hier überhaupt ins Ziel kommen, ist wahrscheinlich schon die ganze Folge voll. Okay, also ich merke schon rot. Schwierigkeitsstufe rot. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht so viele Titelhoffnungen machen, tatsächlich. Ja. Da kommen wir halt doof runter. Wie komme ich da gut runter? Ich glaube, wenn wir hier überhaupt eine Medaille mitnehmen, ist, glaube ich, tatsächlich schon... Das Maximum reicht, egal welche Farbe die hat. Ich weiß nicht, können wir da irgendwie abkürzen? Dass wir vielleicht gar nicht diesen ganzen Bogen fahren müssen? Das ist halt tatsächlich eine Frage, wa? Aber ich glaube, fast wir müssen diese Kurve fahren. Es ist halt nur die Frage, wie. Ah, das könnte man schon eher vielleicht versuchen. Jetzt drücke ich natürlich die richtige Taste, ne? Schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig, diese Stelle hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich die fahren soll. Also ordentlich. Ne, das ist halt schon wieder... Und dann haben wir halt wieder den Salat. Ja, da brauchen wir nicht weiterfahren hier. Wie kriege ich diese Stelle hin? Na, so nicht. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich die Kurve schon ganz fahren. Die Frage ist halt tatsächlich, wie machen wir das in dieser... Äh... Ich glaube, wir müssen so knapp dort... Oh Gott. Und lang fahren. Dass wir halt nicht so weit... Ja, und jetzt? Genau. So halt ungefähr. Vielleicht. Ich weiß nicht. Aber es wird wieder nicht reichen. Ne. Ja. Äh. Okay, die erste Strecke, die nervt mich jetzt schon. Was ist das? Wie mache ich diese... Wie mache ich diese erste Kurve auf dem Grün? Das ist tatsächlich echt... Egal. Wir fahren jetzt erstmal weiter. Das ist tatsächlich mein Nemesis hier. Keine Ahnung, wie ich die fahren soll. Wahrscheinlich hier so runter. Ja. Das sieht gut aus. Ja. Okay. So, dann wissen wir, müssen wir hier hoch. Genau. Dann müssen wir hier rum. Dann müssen wir hier rum. Genau. So, zack, zack, zack. Hier müssen wir so ein bisschen schrillen. Genau. Genau, genau, genau. So. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, wir bremsen mal ab. Aber das war zu spät. Gebremst. Egal. Wir fahren jetzt einfach runter. Wahrscheinlich kann man da übelst abkürzen. Indem man den Sprung einfach ein bisschen schräg macht. Aber ich kann das heute nicht. Also ich kriege das wahrscheinlich wieder nicht hin. Mit meinem Skill. So, wir müssen da lang. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, das hätte ich einfach nie abbrechen sollen, oder? Jetzt hänge ich hier fest. Ja. Okay. Oh Gott. Ähm. Ja. Okay. Okay. Lass uns wenigstens eine Medaille haben. Ach, ne. Shit. Shit! Ich will so zwölf Sekunden verbessern, um überhaupt hier Bronze zu kriegen. Holy shit. Was soll ich denn das machen? Was soll ich denn die zwölf Sekunden herholen? Ja, jetzt bin ich wieder gesprungen, aber... Oh, es reicht. Es reicht. Oh Gott, okay. Ja, hier haben wir jetzt schon verkackt. Da haben wir... Jetzt sind wir zu spät gesprungen. Also, nicht zu spät, sondern halt einfach zu schief. So, hier können wir auf jeden Fall lang, hier kommen wir lang, hier kommen wir lang. So, die Frage ist doch jetzt. Wenn ich jetzt einfach mal so... Hier so. Hopp. Okay. Ja, gut. Aber... Wenn wir den Baum nicht geknutscht hätten, wäre es noch besser gewesen tatsächlich. Aber gut. Man kann halt nicht alles haben. Oh, das sieht gut aus. Kurz bremsen. Ja. Boom! Nice! Okay, Freunde. Äh, ich denke... Nächste Strecke. Wir gehen mal zur Bronze hier zufrieden. Ja, diese... Ne. Irgendwie ist mir das Spiel auch heute zu schnell, muss ich sagen. Keine Ahnung, aber... Kommen wir mit dieser Geschwindigkeit heute nicht ganz so klar. Okay, äh, ja. Das hat ja super funktioniert. Nämlich gar nicht. Äh. What? How? Ah ja, ah ja, ah ja, ah ja. Okay. Oh Gott. Warum? Warum macht man sowas? Hä? Ah doch. Ich muss hier lang, oder? Ja. Oh Gott. Jetzt werde ich das zum Speedtail wahrscheinlich wieder nicht schaffen. Äh, ich muss hier hoch. Nein! Gott. Was ist denn das für eine Abstimmung? Vor allem diese Sicht. Nein! Mama! Jetzt hatte ich immer diesen Schlenker drin, weil ich... Weil ich dachte, ich muss da halt links lang. Das ist natürlich ein bisschen nervig. So, können wir irgendwie... Äh, diese Sicht... Die macht einen irre, diese Sicht. Warum hat man da so eine Scheiß-Drauf-Sicht? Okay. Machen wir das Ganze eben nochmal. Einfach da rüber... Iiii... Ein... Ich hänge. Okay. Warum hat man da diese komische Sicht? Man sieht null von der Strecke. Das ist halt echt ein bisschen... Belastend. Aber man kann hier eigentlich gleich durchpesen. So. So kurz. Ja. Okay. Ah ja. Okay. Einfach mal auf Verdacht. Höh! Einfach mal auf Verdacht da hochgefahren. In der Hoffnung, dass das der richtige Zeitpunkt war. Aber es schien so. Hallo? Okay. Oh Gott. Muss ich lang? Okay. Alter. Diese Strecken, das ist ja unübersichtlich sein Urgroßvater hier. Holy shit. Jetzt vielleicht? Aber wenn es gleich... Okay, wir haben Bronze. Oh man. Holy shit. Okay, das war zu früh. Das war zu früh. Wir müssen also... Ah, das könnte... Zu wenig... Ja, zu wenig eingelenkt. Ach, dieser Anfang, ne? Was ist mit diesen Strecken? Warum macht mich der Anfang schon so fertig? So, kurz bisserl abbremsen. Jawohl. Hier durchpaisen. Jawohl. Da kommen wir also mal gut durch. Wir müssen die hoch. Wir müssen die hoch. Ja. Okay, hier lang, da lang, da lang, da lang. So, wir fahren mal schön außen rum. Jawohl. Äh, jawohl. So, hier fahren wir hier oben lang. Sehr gut. Okay, noch mal 5 Sekunden rausgeholt. Jawohl. Zack. Und da ist das Ziel. Putz. Jawohl. Silber. Okay. 5 Versuche ab jetzt. Ja, wir haben Silber erreicht. Das heißt, 5 Versuche für Gold starten. Ab jetzt. Oh, das war gut. Durchpaisen. Jawohl. Ja, schön. Nein, Mama. Schade. Okay. Der Anfang war eigentlich ziemlich gut. Holy shit. Ja, da sind wir, glaube ich, wieder ein bisschen zu langsam. Vielleicht können wir noch ein paar Sekunden irgendwo rausholen. Jawohl. So, hier. Ach, diesmal zu zeitig eingelenkt. Letztes Mal zu spät, jetzt zu zeitig. Egal. Egal. Oh Gott, was ist das denn für eine Flugbahn? Okay. Okay, ja, gut. Kann man so machen? Ja, 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 ja. Hoch, 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 hoch. Hoch! Wie der da nicht hochkommt. So, letzter. Ich glaube, das wird nichts mehr mit Gold hier. So, hier sind wir schon mal gut durchgekommen. Hier auch. Jetzt kommt wieder hier diese Meisterprüfung mit der geilen Sicht. Ja, geil. Ich denke nicht. Next. Wir nähern uns dem Eisspektakel. Schauen wir mal. Warum macht man ein Turbo dahin, wenn man den sowieso nicht ausfahren kann? Weil gleich so eine Kurve kommt. Also, naja, gut. Es ist wahrscheinlich hier so ein bisschen ein Technikparcours halt. Aber ich kann halt diese ganzen Bremstechniken so grundsätzlich halt nicht. Hier wird sich schon wieder gekloppt. Oh, schaffen wir das? Oh Gott, was? Hä? Okay, ich muss da so durchkommen. Holy shit. Ich muss da so durchkommen, dass ich das im Flug... Oh Gott. Holy shit. Ach, da haben wir die Bande geknutscht. Das war nicht gut. So, hier. Müssen wir jetzt rum. So, und dann den Schwung mitnehmen. Schön mittig. Ja. Hä? Wie soll denn das gehen? Läuft. Das ist ein absolutes Ding, die Unmöglichkeit. Ich brauche wahrscheinlich so viel Speed, dass ich halt dieses Turbo-Ding halt nicht mitnehme. Um halt einfach nicht dann so abzuheben. Also ich brauche halt so viel Speed. Oder ich springe da jetzt einfach links und rechts ran vorbei. Das wäre natürlich auch eine Option. Wieso nämlich? Hä? Was? What? Wo? Wie? Hä? Wo muss ich lang? Ach, da. Okay, erstmal hier lang. Wenn hier lang. Hä? Ah, Gott. Also diese Strecken, die sind ja unübersichtlich hoch 20. Und das ist hier. In der Bronze. Holy shit. Wie gut. Okay. 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 Wie gut. ok 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 runter 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 oh gott okay also oben über das geht da langfahren ist nicht die beste option müssen versuchen unten dran vorbei zu preschen auf jeden fall und das hilft alles nichts wir müssen versuchen unten lang zu knallen weil wir sonst hinten raus man ach das ist aber verkackt ja da überholt er uns so die frage ich glaube wir brauchen diesen reifen tendenziell aber die frage er so wir müssen hier ein bisschen lang müssen darunter runter 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 ja 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 ok ok so wenn wir nur darunter pesen putz aber das reicht nicht okay wir gucken uns das schönste aus dieser serie an die eisstrecken so schauen wir mal was ist jetzt hier erstmal okay jetzt erstmal kleines ausweich manöver oh gott was ist das oh man so okay wenn ich das schon sehe turbo und dann gleich eine kurve ne da kriege ich schon wieder zustände oh gott jetzt habe ich aber gedacht ich rutsche gleich die ok ach so ist noch nicht eis ach ok oh gott jetzt kommt eis oh gott ja 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 ok beruhigen beruhigen ja gut schön hier oh gott jetzt kommt schon wieder eis nein warum denn so eine kurve halleluja nein ich darf nicht stacken ach ich hätte schon längst drin sein können ok aber wir haben bronze geholt im ersten versuch das ist schon mal gut das ist wirklich gut es war eigentlich gar nicht so schlecht wir haben es ist mir gar nicht so dumm angestellt auf dem eis tatsächlich überraschenderweise obwohl diese letzte kurve auf dem eis schon ziemlich gemein ist muss man schon so sagen die ist echt nicht cool ja ok 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 und hier dachte ich halt es geht halt auch schon eis los aber es war halt die mega verarsche take on so hier kann man abkürzen genau hier kann man so ein bischen ne 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 diese scheiße Diese blöde letzte Eiskurve. Warum macht man da Eis hin? Warum? Warum? Es könnte so ein schönes Rennen sein. Ach, man. Ach, nächste Strecke. Es könnte alles so schön sein. Wenn dieses Eis am Ende nicht gewesen wäre. Na klar. Easy. Ich weiß jetzt schon, das wird meine absolute Lieblingsstrecke hier. Weil ich... Ah, doch. Okay, okay, okay. Können wir noch einen ersten Checkpoint wenigstens? Ja, da ist er. Da! Fahr! Ja, okay. Also bis auf den Anfang ist das jetzt eigentlich erstmal noch machbar. Tatsächlich. Man muss halt echt ein bisschen aufpassen, dass man halt nicht... Oh Gott. Dazu dolle... Ja, 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 ja. Man muss halt ein bisschen mit dem Gas spielen, ne? Äh... Äh... Zeit... Bäh! Äh... War die übelste verarsche mit dem Pfeil. Frech! Wie gesagt, ich muss noch links... Äh, muss ich erst hier... Das... Keine Lenkung! Oh Gott! Nein, das ist nicht gut! Oder? Ah, doch. Wir sind zumindest im Ziel. Oh, das reicht sogar für Bronze. Gott, der Anfang, der ist schon so zum Kotzen. Der ist doch schon so zum Kotzen. Ah. Ah, nein, 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 nein! Oh, diese eine Kurve, ne? Die ist auch schon schrecklich. Lenk! Ach, fahr doch einfach mal geradeaus! Was soll denn der Mist? Manchmal lenkt der so stark ein. Und manchmal so wenig. Das ist echt ein bisschen... Belastend. Runder jetzt! Nicht so weit rum! Oh! Also, Silber holen wir hier auf gar keinen Fall. Das ist, glaube ich, eine Traumvorstellung. Aber das können wir uns, glaube ich, mal ganz getrost abschminken. Zeitlupe. Let's go! Yeah! So, jetzt wissen wir aber... Hehehe. Hattet wir hier erst rum müssen? Nein! Da war der Baum! Okay. Freunde, ich tue mir diese Eisstrecken einfach nicht mehr an. Ja. Wir haben immerhin eine Söhre da geholt. Das ist, äh, mehr als ich erwartet hätte. Ähm, ich will gar nicht wissen, was mich in der Streckenkategorie schwarz erwartet. Wir können immer so ein bisschen lunzen. Da habe ich schon wieder Eis. Auch zwei Eisstrecken. Oh Gott. Okay, also, ähm, in der nächsten Folge auch mit mindestens überall einer Bronze-Medaille rausgehen. Dann bin ich mehr als zufrieden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen da. Ich bedanke mich fürs Einschalten bei euch und sage Tschüss. Bis dahin. Bleibt geschmeidig. Bis dahin.